Musik Als 911 GT3 werden die seit 1999 gebauten Sportversionen der Porsche 911 mit wassergekühltem Saugmotor bezeichnet. Und nun gibt es wieder einmal ein Update. Den Porsche 911 GT3 RS. Porsche selbst bezeichnet ihn als sportlichsten 11er aller Zeit. Als Motor werkelt ein 3,8 Liter Sechszylinder mit 450 PS. Gegenüber dem Vorgänger GT3 ist er noch ein bisschen breiter und klebt förmlich auf der Straße. Die Felgen sind zwar nur 19 Zöller, aber die Reifen haben eine Breite von vorne 9 Zoll und hinten 12 Zoll. Dazwischen gibt es bei den Hinterrädern noch einen Titan-Endschalldämpfer. Allzu schwer ist er auch nicht mehr, denn man hat alles rausgerissen, was nicht nid- und nagelfest ist, um das Leistungsgewicht zu optimieren. Straßen zugelassen ist er trotz aller Modifikationen dennoch und deshalb ist er ab dem nächsten Jahr bei jedem Porsche-Händler für knappe 150.000 Euro zu haben. Dazwischen 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 Dazwischen